Rot ist der Imposter. Du hast keine Beweise. Doch, ich habe es. Hier. Äh. Hängt einfach das Kind dran. Mit so einem Zahnstocher. Ha, ich kann das auch, Daddy. Wow, 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 wow. Und damit willkommen zurück auf meinen Zweitkanal. Wir schauen uns wieder Among Us Memes an. Und ich wollte einmal sagen, vielen, vielen lieben Dank an die 100.000 Abonnenten. Ich glaube, das ist der vierte Monat, in dem ich den Channel jetzt mache. Deswegen einen riesen, riesen Dank an euch. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da. Dann über jeden Daumen nach oben würde ich mich freuen. und dann los geht's. Bitte nicht. Du hast meinen Daddy umgebracht. Ah, ah, nein, nein. Hä? Oh, aber du hast doch meinen Daddy umgebracht. Keine Sorge, der spawnt wieder nächste Runde. Ich werde dich einfach mitnehmen für diese Runde. Oh, kann ich mit ihm spielen? Voll wholesome beim Kirschenessen. Dein Dad hat meine letzte Runde auch getötet. Keine Sorge. Oh. Ich fände das so cool, wenn du die Mini-Crewmates einfach einsammeln kannst und dann hast du so eine Armee hinter dir. Wenn du dir selbst ein Kompliment machst. Der Imposter ist ziemlich gut. Pink hat mich getötet. Wenn man Among Us in real sehen würde. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Komm er! Ah, ah, ah! Übertrieben brutal. Es sind die Teletubbies die wahren Among Us Leute. Wenn der Oberkörper von den Teletubbies einfach weggeht und man zum Among Us Guy wird. Ich werde dir deine Kehle aufschlitzen. Dann wirst du endlich still sein. Du bist wunderschön. In den Memes steht immer, dass es rot ist. Rot wird rausgevotet. Die Memes lügen nie. Irgendwann wird keiner mehr rot sein. Ich würde das feiern, wenn einfach auf den Tisch immer so ein Mini-Tisch wäre für die ganzen Mini-Crewmates. Die können auch irgendwen rausvoten, wenn jemand in Electrical ist und die Aufgaben macht. Der hatte eine Wasserpistole, Daddy. Nein. Wir haben gerade beide unsere Dadys verloren, aber hier ein bisschen Saft. Wer war es? Die Kinder waren es. Die Kinder waren kein Imposter. Das war so ein Vorschlag, um Leute vom Leaven abzuhalten. Dass du durch Achievements einfach Sachen freischaltest. Und die zählen nicht, wenn du das Game einfach verlässt. Ich würde das so feiern. Vor allem den Leave-Task. Können wir das ab jetzt einfach Y nennen? Na, wir nennen es einfach Dreieck. Wenn du schon losläufst, während noch Sch- gemacht wird. Haha, I am Speed. Aber das stimmt wirklich. Man kann schon loslaufen, sobald man den Sch-Screen sieht. Das wäre voll cool, wenn man jemanden tötet und dann im Mad Bay einfach diese Leichen liegen. Hey Leute, wir haben hier Mad Bay. Wenn man Mad Bay einfach mitnimmt. Oh, der kann voll gut tanzen. Alle haben Mad Bay. Aber was ist mit Gelb? Jetzt bist du dran. Verdammt. Ähm, haha, O2, O9. Und keiner hat es gesehen. Hahaha, wenn du einfach Mad Bay fakest. Eine Petition, dass Spieler, die einfach das Spiel verlassen, so lange Crewmate werden, bis sie zum Ende des Games bleiben. Ey, was? Wenn du jemanden in Among Us killst, dann wird der obere Teil ja weggeschnitten. Aber wenn jemand die Leiche reportet, ist sie wieder da. Irgendwas stimmt da nicht. Wenn du den Imposter-Wenden gesehen hast. Schnell! Wenn du aber dann die Farbe vergessen hast. Ach, verdammt. Okay, never mind. Okay. Er geht in den Wendt. Hä? Bitte? Er ist gar kein Imposter. Warum cheatet man überhaupt in so einem Spiel? Haha, der Kill. Würde ich auch machen. Wenn du das perfekte Simon Sass hast. Okay, wohin jetzt? Mitte, Mitte? Okay. Wenn du einfach fünfmal in der Mitte genau hast. Wenn du nicht rot sein solltest, weil der Code schon gegen dich ist. Red. Sass. Rot verdächtig. Oh, schau mal. Die Welt ist so schön. Dreh dich nur noch um. Wahrscheinlich liegt da irgendwas Totes, wenn du sitzt. Wenn Rot verdächtig ist und du ihn einfach aufessen möchtest. Die Neuner Mongaik. Ich wüsste nicht, wie man die nennt sonst. Okay, wen töt ich? Das Blau. Ähm, es ist schwarz. Hä? Wricht? Ich war weiß. Wie bin ich das? Wie bin ich das? Mega troll einfach. Wenn du Mad Bae hast und dich vor zwei Leuten beweisen kannst. Hey. Aber die zwei sind Impostor. Oh, nice. Wenn er Mongas noch pixeliger wäre. Schaut irgendwie voll cute aus. Wenn der Hausmeister gerade den Lüftungsschacht sauber macht. Leute, ich hab Rot in den Vans gesehen. Verdammt. Er war sogar ein Impostor. Ha. Sie wollten, dass ich den Hexenhut nehme. Was ist hier? Sie wollen den großen Impostor beschwören. Oh, das wäre voll cool. Wenn Großbritannien die Obdachlosenrate halbieren möchte. Wir schneiden jetzt einfach alle in die Hälfte. Dann haben wir sie halbiert. Was der Emergency Button sieht. Wenn du jemanden in den Lüftungsschacht gehen siehst. Komm her, Button. Impostor sagt was? Was? Ach, verdammt. Brauchen wir nicht, der Impostor. Verdammt. Ich würde solche Ohren mega feiern, wenn es die geben würde. Ah, schau mal. Wenn deine Kinder einfach ein Picknick machen. Schau mal, ich schau aus wie eine Karotte. Und ich bin eine Aubergine. Voll niedlich. Wenn der Impostor so gut war, dass nicht mal das Spiel weiß, wer es war. Ich hätte sowas voll gerne hier. So eine kleine Among Us Figur. Wenn du immer der Erste bist, der fragt, wo. Aber gleichzeitig auch der Impostor bist, der ihn umgebracht hat. Oh, erstmal ein Electrical. Hallo, Lila. Brauchst du was? Tut mir leid. Oh mein Gott. Ich habe den Kegel gesehen. Schnell, schnell. Das war bekannt. Wie viele ihre Eltern da verlieren. Ich habe Lila gesehen. Emergency Meeting. Es ist Lila. Ich habe es auf den Kameras gesehen. Es ist rot. Verdammt. Oh, wir haben es geschafft. Hey. Guys. Leute. Hallo. Lila hat gewonnen. Zeig. Das Baby hat gewonnen. Wenn du keinen Spaß haben willst, einfach mal drei Impostor mit dreifachem Speed und zehn Sekunden Kill-Cooldown. Dann haben nur die Impostor Spaß. Das ist eine 3D-Fonses Geld. Ich würde so ein 3D-Game gerne mal haben. Das wäre mega cool, so ein Spiel. Wenn du denkst, da ist ein Geist in deinem Haus. Keine Sorge. Er macht wahrscheinlich nur gerade die Aufgaben. Wenn du Phasmophobia spielst. Wenn Orange seine Aufgaben faked. Wenn du in Mad Bay getötet wirst. Aber da jemand anders noch steht. Haha. Der hatte ich. Aber er dann auf einmal auch in den Lüftungsschaft springt. Verdammt. Das passiert ziemlich häufig. Among Us Developer überlegen sich einen Guardian Angel, der einen Spieler vom Tod retten kann. Ich bin gespannt, wie sie das machen wollen. Ob das dann so ein Geist ist, der sich einmal so als Schutzschild davor werfen kann. Oder ob da jemand wieder zum Leben erweckt wird. Wenn der andere Impostor dich rausvotet. Damit er nicht verdächtig wirkt. Aber ihr trotzdem dann noch am Ende gewinnt. Hast du das toll gemacht. Die ewige Debatte. Wie die Farben heißen. Ich nenne es trotzdem weiter hellblau und grün. Okay, wo ist die Leiche? In Electrical. Spotify. Du willst keine Werbung mehr sehen? Spotify, ich werde dich rausvoten, wenn du nicht aufhörst. Aber das ist nicht gerade Premium von dir. Wenn du etwas in die Mikrowelle tust. Das Essen ist kalt. Die Schale, die schmilzt. Schwarz hat gewendet. Schnell, 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 schnell. Okay. Er kommt da raus. Es ist schwarz. 100%ig. Er hat gewendet. Genau vor mir. Er war aber nicht der Impostor. Ich glaube, da cheatet wer. Wow, 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 wow. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir sehr und dauert nur eine Sekunde. Wenn ihr jetzt noch mehr davon sehen wollt, ist links ein Video. Rechts geht es um meinen Main-Kanal. Und dann hoffe ich, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal.